Heute bauen wir mit CSS Neon Text. Los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube Video. Heute geht es um CSS bzw. um CSS Neon Texte. Und zwar haben wir in der Vergangenheit ja schon mal ein Video gemacht, das habe ich in der Videobeschreibung verlinkt, wie wir mit SVGs so Neon animieren können bzw. so eine schöne Neonfläche, so Neonlicht. Heute wollen wir passend dazu Text machen. Das heißt, wir werden Text nehmen, einfach einen Standardtext und den mit CSS animieren und aussehen wie Neon. Das Ganze ist sehr einfach, macht, finde ich, viel her und damit legen wir direkt los. Wenn ihr Fragen habt unten in der Videobeschreibung, findet ihr Links zu Discord, dem Community-Server. Join dort, stellt eure Fragen, ansonsten bin ich auch über Twitter jederzeit erreichbar. Schreibt dort einfach. Ansonsten, ja, legen wir direkt los. Viel Spaß und auf geht's! So und los geht's mit dem heutigen Video-Tutorial. Wie ihr seht, haben wir hier schon unseren Neon Text, den wir heute bauen, gestalten wollen. Ihr seht, das E bewegt sich so ein bisschen, es flickert ab und zu und das Ganze sieht wie so Neon aus. Man könnte da jetzt noch so einen kleinen Glow drauflegen beispielsweise. Aber für dieses Video, denke ich, reicht das. Das Ganze ist ziemlich simpel, deswegen legen wir direkt los. Wer das Ganze live sehen möchte und in der Videobeschreibung findet sich natürlich wie immer eine Live-Demo zu CodePen und natürlich auch eine komplette Erklärung meiner Entwicklungsumgebung, wie zum Beispiel aus SAS-Dateien, CSS-Dateien werden und so weiter und so weiter. Unser Tutorial sieht allerdings gerade noch nicht so wirklich schön aus, sondern wir haben hier im Prinzip schon Neon stehen und sonst nicht sonderlich viel. Das Ganze besteht nur aus einer SAS-Datei, hier steht schon ein bisschen was drin, das erkläre ich gleich, und hier einer Index-HTML. In dieser befindet sich hier oben unsere CSS-Datei, die wir halt automatisch compilen im Hintergrund aus SAS. Hier haben wir eine H1-Überschrift mit der Klasse Text und verschiedenen, also insgesamt vier Spans, so viele wie wir halt Buchstaben haben. Wenn ihr mehr Buchstaben habt, braucht ihr natürlich mehr Klassen, sodass jeder einzelne Buchstabe die Klasse Letter bekommt und eine eigene Klasse, nämlich Letter 1, 2, 3, 4 und wenn ihr mehr habt, 5, 6, 7, 8, 9, X, wie viele ihr auch immer habt, damit ihr einzelne Buchstaben gezielt ansteuern könnt, beispielsweise für unterschiedliche Farben oder Ähnliches. Mehr machen wir hiermit gar nicht, sondern der ganze Rest wird in dieser CSS bzw. in dieser SAS-Datei kommen. Das Erste, was wir hier machen, ist, wir laden per Fontface eine Schrift runter. Ich habe Liberty gewählt, es gibt allerdings tausende verschiedene Neonschriften, die könnt ihr alle nutzen, bzw. sofern sie kommerziell oder free-to-use sind, je nachdem, was ihr für ein Use Case habt. Ansonsten müsstet ihr eventuell die Schriften kaufen. Grundsätzlich, ja, habe ich hier nur gestylt, dass der Hintergrund diese blaue Farbe hat, also meine CI-Farbe und ich habe hier mit Display dafür gesorgt, dass alles wunderbar in der Mitte zentriert ist und das Ganze ist für dieses Tutorial, wie gesagt, bis auf dieses Fontface komplett irrelevant. Das Nächste, was wir machen, ist, wir stylen mit Punkt Text, weil wir haben ja unsere A1, die Klasse Text gegeben, stylen wir unsere Headline ein bisschen und sagen hier als erstes, okay, so ein paar Standardattribute sagen wir, und zwar einmal Fontface sagen wir Liberty, Font Family sagen wir Liberty, Font Weight sagen wir 100, das Ganze soll möglichst dünn sein und die Schriftgröße soll auf sieben Rem gesetzt werden. Wie ihr seht, hat das Ganze wunderbar funktioniert. Was wir jetzt noch machen wollen, also was ich gerne mache, ist hier einfach ein bisschen gegensteuern mit Letter Spacing, was heißt, ich möchte, dass das Ganze so zusammengezogen wird. Das ist natürlich 100% Geschmackssache, könntet ihr jetzt auch weglassen oder größer und kleiner machen, ist ganz euch überlassen. Da wir ja einzelne Span-Elemente innerhalb des H1-Elements haben, brauchen wir Flexflow Row, damit das Ganze später auch wirklich gut dargestellt wird, nämlich so nebeneinander. Jetzt kümmern wir uns darum, dass das Ganze mal ein bisschen Neon-Effekte bekommt, und zwar sagen wir, okay, unsere Letter sollen erstmal eine Schriftfarbe bekommen, und die Schriftfarbe muss fast weiß sein. Ich habe als Glow so einen Blauton gewählt, wie ihr hier seht, das heißt, die Schrift hier in der Mitte muss viel heller sein und fast weiß. Das ist in diesem Fall halt diese Schriftfarbe, und das nächste ist einfach Text Shadow. Das heißt, der Glow ist eigentlich das Leichteste an dem ganzen Video, und zwar sagen wir einfach Text Shadow, XY-Verschiebung ist 0, weil unsere Lichtquelle ist ja die Röhre, die Neon-Röhre, deswegen dürfen wir es nicht verschieben, und der Glow ist 2 Rem, und dann haben wir eine Farbe, wenn ich das Ganze jetzt abspeichere, sehen wir, wir haben jetzt unseren Neon-Effekt. Das war ziemlich simpel, nicht wirklich schwer, und das eigentlich Komplexe kommt jetzt. Und zwar, es sieht ja so schon ganz nett aus, aber wenn man das Ganze so ein bisschen animiert, sieht das doch gleich aus, viel mehr aus wie ein Neonschild, und wenn man davon ausgeht, dass das E irgendwie gerade nur noch an so einem Kabel hängt, oder sowas, dann müssen wir das jetzt animieren. Das heißt, wir sagen jetzt mit einem kleinen Operator, sagen wir und Punkt Letter minus 2. Was heißt, wenn die Klasse Letter zusätzlich die Klasse Letter minus 2 hat, was auf dieses Objekt, also unser E, zutrifft, dann soll etwas gemacht werden. Und zwar wollen wir in dem Moment erstmal dafür sorgen, dass unser Objekt sich ein bisschen verschiebt. Wenn ich das Ganze jetzt hier so einfüge und abspeichere, passiert gar nichts. Das liegt daran, dass wir aktuell unserem Span-Element ein wichtiges Attribut noch nicht gegeben haben. Und zwar müssen wir sagen, es handelt sich um einen Inline-Block. Und damit, wenn wir das jetzt abspeichern, verschiebt sich unser E so schräg nach unten, was heißt, ich habe es einmal um 10 Grad gedreht, sodass es sich so ein bisschen kippt, und ich habe mit die X- und Y-Achse mit Translate verschoben, was heißt, im Nachhinein, es wurde gerendert, und wird im Nachhinein einfach ein bisschen verschoben, sodass es so ein bisschen runterhängt. Wie viel und wie wenig, das ist natürlich Geschmackssache. Ich finde, das passt ganz gut, sodass es halt nicht gegen das N und nicht gegen das O stößt. Aber wir wollen hier eine Animation haben. Und jeder, der CSS schon mal mit Animationen in Verbindung hatte, der weiß, wir brauchen Keyframes. Und zwar sagen wir, add Keyframes, und wir haben eine Animation, die nennen wir Flicker. Und jetzt sagen wir, okay, bei 0% soll etwas passieren, bei 5% soll etwas passieren, bei 5.5% soll etwas passieren, bei 6% soll etwas passieren, bei 50% soll etwas passieren, und bei 100% soll etwas passieren. Und zwar als erstes brauchen wir Opacity. Das heißt, dieser Flicker-Effekt soll bei 0% da sein, also er sollt sich dort einfach standardmäßig halten, dann bei 5% soll er immer noch komplett sichtbar sein, bei 5.5% allerdings, nee, da muss er weg. Bei 6% soll er dann wieder komplett sichtbar sein, bei 50% soll er komplett sichtbar sein, und bei 100% soll er komplett sichtbar sein. Wenn ich das Ganze jetzt abspeichere, passiert erstmal nichts, wir können jetzt aber hier schon mal dafür sorgen, dass wir eine Animation haben, und zwar sagen wir Animation auf unser Element, sagen wir Flicker, 2 Sekunden soll die dauern, die soll ein Ease-In und Ease-Out bekommen, und sie soll infinite, also unendlich laufen, und die Richtung ist von vorne nach hinten durch, das speichern wir jetzt ab, und in dem Moment haben wir hier unseren Flicker drin, wie ihr seht, blendet der ab und zu mal kurz auf, und leuchtet so ein bisschen. Was heißt, das funktioniert schon mal ganz gut, wir können jetzt hiermit eigentlich ganz normal weitermachen, und zwar brauchen wir jetzt ein paar Funktionen, die dafür sorgen, dass sich das Ganze auch kippt. Das heißt, wir haben ja hier unseren Transform-Befehl, den sagen wir jetzt ebenfalls hier unten rein, der soll hier gleich sein, hier gleich sein, hier gleich sein, hier gleich sein, hier nicht mehr gleich sein, und hier soll er gleich sein. Das heißt, hier sagen wir, das Ganze soll sich jetzt ein bisschen bewegen, und zwar einfach auf 13 Degree. Das heißt, wenn wir das Ganze jetzt abspeichern, haben wir hier unseren Flicker drin, plus das Ganze bewegt sich so hin und her, und so sieht das Ganze, finde ich, schon sehr viel mehr aus, wie ein richtiges Neonschild, und das Ganze finde ich persönlich ganz nett, und man kann das jetzt beliebig erweitern. Was heißt, wenn ihr diese Animation anpassen möchtet, beispielsweise ihr wollt einen zweiten Flicker, dann können wir den hier einfach so hinzufügen und sagen hier, okay, bei 6.5 soll er kurz aufblenden, dann bei 7 soll er 0 sein, und bei 8 soll er wieder 1 sein. Das heißt, wenn ich das Ganze jetzt abspeichere, dann haben wir hier so einen Doppelflicker drin. Ja, hier sieht man wunderbar, so einen Doppel hin und her, und wir können das Ganze jetzt theoretisch auch erweitern und sagen, okay, wir wollen das Ganze hier unten bei beispielsweise 70%, bei 70.1%, bei 5% soll es dann unsichtbar sein, und bei 70.1 soll es dann wieder, ne, bei 71, ups, so bei 71, und 70.1 soll es dann wieder komplett sichtbar sein. So haben wir jetzt so einen Doppelflicker, und hinten nochmal so ein für sich alleine. Das Ganze, wie gesagt, funktioniert aber nicht ganz so gut, muss ich sagen, also ich finde das jetzt nicht so doll. Das machen wir wieder weg. Also auf jeden Fall, unser Effekt seht, funktioniert, macht Spaß, damit kann man eine Menge rumspielen. Lustig wäre es natürlich auch, hier noch einfach mehrere Buchstaben ein bisschen zu manipulieren, sodass eventuell diese, diese standardisierten Abläufe nicht da sind. Wer das Ganze randomisen möchte, also beispielsweise dafür sorgen will, dass das randommäßig blinkt oder so etwas, der muss leider auf, oder er muss halt auf JavaScript zurückgreifen. Wenn ihr so ein Video sehen wollt, wie man das Ganze vielleicht noch randomisen kann, dann einfach mal unten in die Videobeschreibung einen Link posten oder einen Wunsch posten, oder wenn jemand von euch Lust hat, das Ganze zu machen, dann erstellt doch einfach mal einen CodePen, wie man das Ganze mit JavaScript randomist, und ich werde dann den Kommentar oben anheften, sodass die anderen beispielsweise ein Demo haben. So, das war es schon wieder für diese Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst doch mal einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Wenn ihr diesen Channel unterstützen möchtet, findet ihr unten in der Videobeschreibung Links zu Amazon Affiliate oder auch zu Patreon, wo ihr einfach mal vorbeischauen könnt. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt, wie schon gesagt, unten in der Videobeschreibung ebenfalls Links zu Discord und Twitter. Meldet euch dort ansonsten. Ja, sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, viel Spaß und ciao. Bis dahin, viel Spaß.